Servus Leute und Willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. Ja, mit dabei ist heute der Killer wieder einmal. Hallo. So, sein Mikro funktioniert halbwegs, meine Aufnahme läuft auch. Und ja, ihr werdet sich jetzt denken, was machen wir da hier oben am Eisenberg? Wir haben, oder ich habe gestern eher, ja in der Nacht oder am Abend im Stream ein bisschen was gezähmt, weil wir da oben ja die Ancolons verloren haben. Sechs Stunden habe ich ca. gebraucht nachher. Danke. Hoppala. Jetzt kam deine Nachrichtung vom Stream. Ja, sechs Minuten danach ca. nach dem Start das passt ungefähr. Okay, wir haben kein Metall mehr. Ja, ich weiß, dass wir kein Metall mehr haben. Wir haben aber auch keine Rüstungen und so weiter. Ja, eine Rüstung habe ich, aber ich bräuchte irgendwas zum zuhauen, egal. Brauch ich dir mit der Axt. Ah, der ist ja oben, eh was. Achso. Ein bisschen was, sagen wir so. Ich bin mir gerade überlegen, soll ich... Nein, sämen tun wir jetzt nicht. Ich will jetzt nur so zwei Stunden ca. aufnehmen. Oder was, ich will die Ancolons raufbringen am Berg. Will dort einmal ein bisschen Eisen farmen und will vielleicht nachher noch runterfliegen oder so irgendwas. Hätte ich jetzt vorgehabt. Ich produziere jetzt nur ein bisschen Fleisch, dass ich das was habe. Und ja, am besten ist, wenn du Beeren mitnimmst. Noch. Und wenn möglich auch noch den Futterdruck für die Ancolons nachher. Ich will da noch ein bisschen weiterkommen. Und ich glaube, das war es dann eh schon ziemlich. So viel brauchen wir eigentlich eh nicht. Ich habe noch gestern nicht mehr rauf geschafft, die... Ach, Settel könntest du zwei mitnehmen noch. Weil einen habe ich gecraftet, aber ich weiß nicht, ob sich der zweite ausgeht. Wir haben auch einen Ancolon hier unten stehen, sonst nehme ich den Sattel davon mit. Ja, nehmen wir mal den halt. Wir brauchen sowieso irgendwo noch einen Sattel oder sowas, aber einen kann ich glaube ich noch... Wo ist der Sattel denn? Was? Oder hattest du einen gecraftet schon, ne? Ich habe einen für hier oben aber nur. Den habe ich hier oben gecraftet. Achso, gut. Für gestern, weil ich habe ziemliche Probleme gehabt beim Reinbringen von den Ancolons in die Hütte. Die brauchen 3er Höhe, weil sonst geht sich das nicht aus. Das ist ziemlich Arsch. Und ja, servus Blackhawk und das ist Arx Royal Revolve, das ist ja auch unten am Stream gekennzeichnet. Ein Survival Game mit Dinos und so weiter und so fort so ungefähr. Und ich bin jetzt dabei, jetzt nochmal unsere Ancolons zu holen. Nein, jetzt habe ich den nicht da fallen lassen. Boah, da waren nämlich jetzt 6 Katzen auf ein Stück, das wäre natürlich geil gewesen zum Zähmen. Aber da unten ist es jetzt nicht so schwer nachher zu zähmen. Da reißen wir jetzt nachher die Decke ein. Halt geplant ist es schon. Und ich habe nur jetzt einmal zur Absicherung für heute Nacht eine Decke einzogen. Weil sonst wäre das vielleicht daneben gegangen oder so irgendwas. Macht doch extrem Spaß, auch wenn wir eher auf einer Hardcore-Version, nein, eigentlich spielen wir auf der ganz normalen Version. Aber keiner spielt halt auf der normalen Version. Standard. Wir spielen, wir haben zum Beispiel, ich habe gestern für 3 Viecher zum Zähmen 5 Stunden oder sowas circa gebraucht. Also das ist schon ordentlich. Ah, jetzt überlege ich gerade. Ich brauche... Scheiße, es muss... Warte mal, den darf ich nicht da heroben hinstellen. Ich brauche zuerst Holz auch noch. Ich brauche nämlich 2 Holzwände, 3 Holzwände nachher, 4 Holzwände. Die ich nachher wieder zum zum... Achso, zum zumachen, ich kann es ja dabei offen lassen, das wäre ja nicht so das Problem. Ja, machen wir es so. Stellen wir mal den Vogel da ab. Den Vogel stellen wir aufs Dach rauf. Und stellen wir auf... Ich überlege gerade... Auf was soll ich denn den stellen? Was? Den Vogel. Dass er angreift, nur... Neutral. Na, dann greift er gar nicht an, oder? Nö, dann... Wenn er angegriffen wird, verteidigt er mir nicht sich aber dann... Ja, ich will eh, dass er sich verteidigt. Neutral. Neutral. Passt. Ich kaufe mir das mal eben. Passt, dann gehen wir mal da in den ersten Stock hinein. Ich überlege nämlich jetzt gerade, vielleicht kann ich nur 2 Kameras nur mit 2 wenden. Wenn ich die 2 rausreiße, vielleicht geht sie sich eh aus. Ich würde gerne mal mit den ersten rauf gehen. So, und wie schaut denn der aus? Der ist auch kein Level Up. Wieso haben die kein Level Up bekommen? Mir kommt das so vor, gestern ist das urschnell gegangen, wo ich gezähmt habe daneben. Da sind die Level Up so gestiegen, wie die... Ich glaub 3 Level Up oder sowas haben die männlichen bekommen. Und jetzt bekommen sie gar nichts. Haben über Nacht gar nichts bekommen. Entweder es zählt nur, wenn wer am Server ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist das so, dass es nicht geladen ist da oder so? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Oder es muss man dann halt... Oder nur auf dem Server sein, dass irgendwas aktiv ist? Dass irgendwie... Dann kann ich auch verstehen, wenn unsere Viecher gestorben sind am Futter. Und vorher nicht... Ah, weil wer am Server ist? Ja. Geil, jetzt komm ich da nicht raus. Weil es spielt ja wer anders noch irgendwo. Boah, das ist so beschissen. Die Ankelons brauchen nämlich eine Dreierhöhe. Das hab ich auch noch nicht festgestellt. Eine Dreierhöhe von Gebäuden, dass sie rauskommen. Oder reinkommen. Ich glaub das geht sich mit 2 aus, aber sie sind immer angestanden. Das ist so beschissen. Deswegen hab ich die gestern auch nicht reinbekommen und hab nachher nochmal aufstocken müssen, um ein Stockwerk. Das hat... Ich war bis 2 Uhr beschäftigt. Ich glaub das hört gar nicht auf. So. Jetzt werden wir da mal mit der Dusse raufgehen. Den Typen lass ich unten. Das Fleisch hat eh der Vogel. Äh, Katze sollte man eigentlich nichts machen, oder? Wenn eine auftaucht. Weil die hau ich hier über den Berg runter. Wenn ich mich drehe. Die schieße ich ja eh immer weg. Mhm. Das könnte sein, warum das ist. Auf das hab ich noch gar nicht gedacht, dass das vielleicht wegen dem ist. Dass wenn wer online ist, dass das nachher sofort wirkt. Äh, Antinus meinst du Blackhawk oder was meinst du genau? Oder was man alles in dem Spiel machen kann. Komplett. Allgemein einmal erklärt. Antinus, es gibt... Boah, es gibt wie viele verschiedene Dinos wird's geben? 25? Zu viele. Weil es gibt von kleinen, von Fliege, von Ameisen, bis hin zu Gigantosaurus, okay, obwohl Gigantosaurus in echt nicht gegeben hat, glaube ich, weil das ist ja nur so ein Mutationsdingsbums. Äh, bis hin T-Rex, Langhälse, Prontos, Stegos, äh, Ichthyosaurus, Unterwasser, Dinos, Haie, boah, ich wüsste jetzt, kleine Viecher, Spucker, Graptoren. Die komischen kleinen Fliegeviecher alle. Ja, das sind so Ameisen und so weiter, ja. Stimmt, Fliege von Ankylons, was gibt's denn noch, die Ankylons? Dann gibt's den Beneranodon, äh, Beneranodon. Dann gibt's den... Ja. Bödel, Agentaris. Diese komischen kleinen Kompis, oder wie heißen, die sind relativ neu. Genau. Dann bei den Fliegeviechern gibt's ja noch den kleinen auch, und dann gibt's ja, glaube ich, noch zusätzlich noch einen kleineren, dann gibt's Affen gibt's auch noch. Dann gibt's aber auch noch, äh, Yetis. Obwohl die, finde ich, nicht so richtig reinpassen, in Dinowelt wieder. Aber da haben's halt manche, so wie der Gigantosaurus, der passt eigentlich auch nicht in die richtige Dinowelt hinein, da haben's halt ein paar noch so außergewöhnliche Arten reingemacht. Affenkangurus gibt es, seit kurzem, und es kommen halt immer wieder neue dazu. Saberdows, halt, äh, Säbelzamtiger, dann Wölfe, was gibt's denn noch, Mammuts, äh, Trikes, halt die, die Terra, wie heißen die, Triceratops, oder so irgendwie. Triceratops. Ja, Triceratops. Halt schon mega viel eigentlich. Also ich soll jetzt alle mitnehmen. Mhm. Vögel. Ja. Gut. Weil wir haben da hier oben 600 Eisen oder sowas noch, und wenn wir jetzt nachher wieder ins Farmen anfangen, dann haben wir zumindest welche hier oben stehen einmal kurz. Und ich hab ja auch einen Haufen Gumbau, halt Gumbau danach nicht, aber Asche, was ich auch so produziert schon hab jetzt in letzter Zeit. Halt gestern da, ich hab, ich weiß nicht, 800 oder 900 Holz verbrannt gestern. Mhm. Mhm. Servus Loon, willkommen im Stream. Jetzt mua, scheiße, das sind ein Haufen Argentavise. Glaub, schaffe ich mit den, mit meinen Viechern Argentavis? Was? Du hast doch auch einen Argentavis mit dabei, oder? Nein. Achso, man weiß nicht. Ich hab den Argentavis unten stehen lassen. Ja, das ist eh schon mühsam genug mit dem kleinen Viecher raufzurennen. Ah, Bären unbedingt mitnehmen, nicht vergessen. Bären. Bären. Ja, hab ich. Halt den ganzen, ich weiß nicht, 6-7.000 oder sowas. Was? Naja, die verrotten ja nicht. Oder nahezu nicht. Oder keine Ahnung, nimm einmal. Ich hab 7 Stakes jetzt mit. Ja, okay. Bin halt schon, wirklich losgeflogen. Aber schau, dass du kein Argentavis verlierst, beim Rauffliegen. Ja, ja, ich hab, ich bin ganz schlau jetzt. Ich bin in die Richtung vom Vulkan, hab ich mich jetzt gelenkt, wo ich hinfliege. Und dann K gedrückt. Du kannst, du kannst sowieso oben lenken, äh, lenken. Ja, okay, so mach ich das auch. Äh, oben landen. Am Vulkan, natürlich. Ja, hatte ich vor. Ich lass keine 5 Argentavis da unten stehen. So, den ersten. Ich komm jetzt gleich einmal zu dem Weg nachher hin, wo man rauf gehen kann. Ja, und ich hab mein Dach gestern, ich wollte zwar gestern aufnehmen, aber dann hab ich mir, dann war das so, pfff. Weiß nicht, hätte ich nachher erst irgendwann um 2 in der Nacht oder sowas, da wo ich grad fertig geworden bin. Und ich hab mir gedacht, na, da kann ich nicht gescheit reden mehr. Da bin ich, dann rede ich, dann hab ich leiser geredet auch. Und das war einfach schon so mühsam. Teilweise, und mich hat eigentlich nur mehr alles angefuckt, dass das so lange gedauert hat. Aber, deswegen hab ich mir gedacht, jetzt mach ich jetzt noch geschwind, weil ich bin eh jetzt zuhause schon den ganzen Tag. Hab jetzt einiges schon gemacht, hab drei Protokolle geschrieben. Nach um 16 Uhr muss ich auf die, halt 16 Uhr muss ich Schluss machen, spätestens. Weil dann muss ich noch auf die Uni. Hab noch eine Prüfung zu schreiben. Da hab ich eh die ganze Nacht auch noch und noch durchgehend. Weil ich bin erst um 5 ins Bett kurz, zwei Stunden niedergelegt. So, wir werden aber da. Wir werden's. Agentaris haben sich grad vermehrfacht. Was ist vermehrfacht? Wohin hab ich nur 5 gezählt, jetzt sind es 6. Okay. Aber passt eh. Dann haben wir 8 Stück und 2 wurden verloren. Das stimmt. Ich hab da jetzt, scheiße, ich hätte ja nicht farmen sollen. Was hauen wir denn weg? Vielleicht geht es sich aus, dass ich grad, na, das geht sich noch immer nicht aus. Gescheißen, hauen wir die noch weg. Na, das wird sich auch nicht. Ich will das, ich will das Narko nicht weghauen und ich will das Holz eigentlich nicht weghauen, weil das Holz brauche ich unten noch. Dann hauen wir die Steine dann auch weg. Achso, ich bin auch dämlich, ich hab nicht O gedrückt. Ich hab nur... Hast du den einen Vogel wieder geholt denn? Ja, weißt wo der war? Na? Also ja, wo eins eigentlich müssen. Nein, 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 der war nicht dort. Okay. Ich bin eigentlich nur nachher herum geflogen, kurz mal so eine ganze Partie, weil ich ein bisschen Ausschau gehalten habe nach Viechern und so weiter. Und kurz vor dem Schluss ist eh noch neben der Hütte genau ein Raptor gespawnt. Ich glaubte ich zucke aus. Aber den haben schön die Vögelchen gemacht. Gott sei Dank. Der ist von der Hütte vielleicht 25 Meter nach... in Richtung Westen dort gelandet gewesen. Okay. Halt entweder halt schon... Er dürfte was gekillt, glaub ich, haben. Weil es ist kurz einmal aufgeploppt was. Und da hab ich nicht gewusst, was das genau ist. Mhm. Und ich hab's nicht genau lesen können. Und... Hab ich mal schon gedacht, okay, vielleicht ist das der... Vielleicht ist das einen Vogelagentavis oder was nachgeflogen oder so. So, der hat ein Level Up... Ah, wird da jetzt ein Level Up bekommen. Ich hab den Sound für einen Level Up? Okay, jetzt ist es da. So, Gewicht. Ich... Ich mach jetzt einmal die... Ah... Ancolon so auf 500 Gewicht circa. Hätte ich jetzt gesagt zuerst. Bevor wir so auf Melee Damage gehen. Ja... Ist, glaub ich, am sinnvollsten. Weil mit 500 Gewicht kannst du zumindest einmal... Äh... Ein bisschen Farmen gehen. Und man muss eh schauen nachher... Gerade wenn man zu zweitfarmen geht, dass man... Jedes Mal mit äh... Mit männlich und weiblich geht, dass die in der Nähe sind. Ah, du hast drei Stück, ne? Ja, wir haben jetzt drei. Wir haben zwei männliche und einen weiblichen. Mhm. Funktioniert so ganz schön gut. Was? Mit dem Hochfliegen, so wie ich das mach. Ja, ey, das hab ich auch immer so gemacht. Und normalerweise, wenn du ganz normal fliegst, halt normales Tempo... Äh... Braugst nicht zwischenlanden. Ja, ich hab den Petran oder... Ah, okay. Den Loader, also ich weiß gar nicht. Der ist ja nicht mehr... Der ist einmal verreckt. Da hört sich der Neugot... Jetzt häng ich in der Luft. Vielleicht bist du zu hoch. Ich glaub... Nein, nein. Flieh ich schon. Das sah nur grad so aus. Vielleicht war auch nur grad so... Sie haben die Kristalle geändert. Von der Form da her oben, seh ich grad. Wie? Halt die weißen, weißt du, die... Ja, ich weiß nicht. Die schauen anders aus. Die leuchten nicht mehr so weiß, sondern sind jetzt so... Ja... Nein, nicht schon wieder! Was ist? Ich bin wieder runtergefallen. Wieso bist du... Gebiete... Jetzt haben wir leider mal... Einfach südlich davon, die fliegen alle in der Luft. Ja, aber ich kann nicht kommen. Ja, ich kann ja unten hingehen. Wieso drückst du E? Ich wollt F drücken. Ich hoffe, du hast sie in den Vogel... Ich hab U gedrückt. Am Vogel drauf? Achso, du hast U gedrückt. Ja. Ja. Ja, aber es kommt davon, ob sie am Vogel fixiert waren oder auf dir fixiert waren. Auf mich. Ich werde sie nicht mehr auf dem Vogel fixieren. Sinnvoller. Ja, ich sag's halt... Ja. So. Wo steht denn der Agentavis? Ah, da. Da werden wir mal ein bissl Gumbodder gegen mal machen, weil Steine sollten wir ja genug da hier oben haben. Wie soll ich denn an den Agentavis kommen? Welchen Agentavis? Du kannst doch hier oben spawnen. Hast du da einen Vogel? Ja. Halt, wenn ich dich mit ihm unternehme. Ich hab ja zwei hier oben. Ja, ich hab jetzt den unten, weil ich unten schon gespawnt bin. Ja, wie du willst. Von mir aus kannst du hier oben auch noch spawnen. Ah, scheiße. Man braucht Spark Border ja für Gumborder. Mist, ich hab meine Bären ja irgendwo unten. Egal. Ich such erstmal die Folge. Ja, die werden wichtiger, zumindest ein bissl. Mhm. Vor allen Dingen sechs Stück. Mhm. So, ich tu da gerade ein bissl durchsortieren. Dann wir noch einmal das. Das seh ich die denn schon wieder nicht. Ah, ich hab's noch. War's die Vögel schon jetzt? Ja. Ja, ich weiß ja, wo ich runtergefallen bin. Ich war ja ewig hoch. Ja, aber wie schnell bist du dort hingeflogen? Jetzt. Ich bin doch fast am Berg schon. Ich bin unten überm Fluss direkt drüber. Ja. Ja. Da hast du jetzt einen neuen Vogel geholt, oder? Ja. Du hast ja jetzt einen neuen Vogel geholt, oder? Ja. Ja.